Luises erster Tag im Büro. Luise hatte gerade ihren neuen Job begonnen und war sehr aufgeregt. An ihrem ersten Tag wurde sie von Alexander empfangen, der sie durch das Büro führen wollte. Lass mich dir das Büro zeigen, sagte Alexander freundlich. Zuerst stellte er Luise der Rezeptionistin Claire vor. Freut mich, dich kennenzulernen, Claire, sagte Luise höflich und Claire lächelte zurück. Alexander zeigte auf die rechte Seite und sagte, hier steht ein Fotokopierer, den du benutzen kannst. Luise war beeindruckt und sagte, okay, klasse. Dann führte Alexander sie weiter zu ihrem Schreibtisch. Und hier ist dein Schreibtisch, sagte er stolz. Er ist neben dem Schreibschrank, bemerkte Luise und fügte hinzu, toll. Alexander erklärte ihr, dass das gesamte Bürozubehör immer schnell in Reichweite sei, wenn sie es brauchte. Das gefiel Luise, denn sie mochte es, alles griffbereit zu haben. Luise setzte sich an ihren Schreibtisch und begann, ihre neuen Arbeitsmaterialien zu ordnen. Sie war froh, dass alles so gut organisiert war. Alexander blieb bei ihr und erklärte ihr weiterhin, wo sie alles Wichtige finden konnte. Er zeigte ihr die Küche, wo sie jederzeit Kaffee machen konnte, was Luise sehr freute, da sie Kaffee liebte. Die Kaffeemaschine war neu und Alexander zeigte ihr, wie sie funktionierte. Das ist ja einfach, sagte Luise erleichtert. Nach einer Weile zeigte Alexander ihr den Konferenzraum. Hier haben wir oft unsere Meetings, erklärte er. Der Raum war groß und hell, was Luise beeindruckte. Sie konnte sich gut vorstellen, hier mit ihren neuen Kollegen zu arbeiten. Danach gingen sie zum Archiv. Hier bewahren wir alte Akten und Dokumente auf, sagte Alexander. Luise fand das sehr praktisch und war froh, dass sie schnell Zugang zu allen wichtigen Informationen haben würde. Alexander erwähnte auch, dass es eine digitale Datenbank gab, die sehr leicht zu bedienen war. Während ihrer Büroführung machte Luise viele Notizen und fühlte sich immer wohler. Alexander erklärte ihr auch die Firmenregeln, die sie später in Ruhe lesen wollte. Es ist nichts Kompliziertes, versicherte er ihr. Luise war froh, dass die Dinge so einfach und klar waren. Nachdem sie ihren Arbeitsplatz eingerichtet hatte, begann Luise mit ihrer ersten Aufgabe, die Ablage der Dokumente. Sie sortierte und ordnete die Akten sorgfältig, während Alexander sie immer wieder ermutigte. Du machst das großartig, sagte er. Luise fühlte sich durch seine Worte motiviert und arbeitete fleißig weiter. Später machten sie zusammen eine Kaffeepause. Wie trinkst du deinen Kaffee? fragte Alexander. Mit Milch, bitte, antwortete Luise. Sie saßen zusammen und sprachen über die Firma, die Arbeitskultur und die bevorstehenden Projekte. Luise war beeindruckt, wie freundlich und hilfsbereit alle waren. Ich fühle mich hier schon wie zu Hause, sagte sie lächelnd. Das freut mich sehr, antwortete Alexander. Wir wollen, dass sich jeder hier wohlfühlt. Luise nickte und nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. Sie war sich sicher, dass sie in dieser Firma eine gute Zeit haben würde. Am Nachmittag sprach Alexander mit ihr über das wöchentliche Teammeeting, das jeden Freitag stattfand. Luise freute sich darauf, ihre neuen Kollegen besser kennenzulernen. Alexander erzählte ihr, dass es oft Kuchen und Kaffee während der Meetings gab, was Luise zusätzlich motivierte, pünktlich zu erscheinen. Während des restlichen Tages arbeitete Luise weiter an der Ablage und lernte langsam die Systeme der Firma kennen. Alexander war immer in der Nähe, um ihr zu helfen, falls sie Fragen hatte. Du wirst dich schnell einarbeiten, sagte er zuversichtlich. Luise war froh, so eine gute Unterstützung zu haben. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr erster Tag so reibungslos verlaufen würde. Der erste Tag war wirklich gut, dachte sie zufrieden, als sie am Abend ihren Computer ausschaltete. Sie war gespannt auf die kommenden Tage und darauf, was sie in ihrem neuen Job noch alles lernen würde. Am Ende des Tages verabschiedete sich Alexander freundlich von ihr. Vergiss nicht, morgen deine Zugangskarte abzuholen, erinnerte er sie. Luise bedankte sich und machte sich auf den Heimweg mit einem guten Gefühl, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Luise wusste, dass die kommenden Wochen aufregend sein würden, aber sie fühlte sich bereit. Ihr erster Tag im Büro war ein voller Erfolg und sie freute sich darauf, Teil dieses großartigen Teams zu sein. Luises erster Tag im Büro Luise hatte gerade ihren neuen Job begonnen und war sehr aufgeregt. An ihrem ersten Tag wurde sie von Alexander empfangen, der sie durch das Büro führen wollte. Lass mich dir das Büro zeigen, sagte Alexander freundlich. Zuerst stellte er Luise der Rezeptionistin Claire vor. »Freut mich, dich kennenzulernen, Claire«, sagte Luise höflich und Claire lächelte zurück. Alexander zeigte auf die rechte Seite und sagte, »Hier steht ein Fotokopierer, den du benutzen kannst.« Luise war beeindruckt und sagte, »Okay, klasse.« Dann führte Alexander sie weiter zu ihrem Schreibtisch. »Und hier ist dein Schreibtisch«, sagte er stolz. »Er ist neben dem Schreibschrank«, bemerkte Luise und fügte hinzu, »toll!« Alexander erklärte ihr, dass das gesamte Bürozubehör immer schnell in Reichweite sei, wenn sie es brauchte. Das gefiel Luise, denn sie mochte es, alles griffbereit zu haben. Luise setzte sich an ihren Schreibtisch und begann, ihre neuen Arbeitsmaterialien zu ordnen. Sie war froh, dass alles so gut organisiert war. Alexander blieb bei ihr und erklärte ihr weiterhin, wo sie alles Wichtige finden konnte. Er zeigte ihr die Küche, wo sie jederzeit Kaffee machen konnte, was Luise sehr freute, dass sie Kaffee liebte. Die Kaffeemaschine war neu und Alexander zeigte ihr, wie sie funktionierte. »Das ist ja einfach«, sagte Luise erleichtert. Nach einer Weile zeigte Alexander ihr den Konferenzraum. »Hier haben wir oft unsere Meetings«, erklärte er. Der Raum war groß und hell, was Luise beeindruckte. Sie konnte sich gut vorstellen, hier mit ihren neuen Kollegen zu arbeiten. Danach gingen sie zum Archiv. »Hier bewahren wir alte Akten und Dokumente auf«, sagte Alexander. Luise fand das sehr praktisch und war froh, dass sie schnell Zugang zu allen wichtigen Informationen haben würde. Alexander erwähnte auch, dass es eine digitale Datenbank gab, die sehr leicht zu bedienen war. Während ihrer Büroführung machte Luise viele Notizen und fühlte sich immer wohler. Alexander erklärte ihr auch die Firmenregeln, die sie später in Ruhe lesen wollte. »Es ist nichts Kompliziertes«, versicherte er ihr. Luise war froh, dass die Dinge so einfach und klar waren. Nachdem sie ihren Arbeitsplatz eingerichtet hatte, begann Luise mit ihrer ersten Aufgabe. Die Ablage der Dokumente. Sie sortierte und ordnete die Akten sorgfältig, während Alexander sie immer wieder ermutigte. »Du machst das großartig«, sagte er. Luise fühlte sich durch seine Worte motiviert und arbeitete fleißig weiter. Später machten sie zusammen eine Kaffeepause. »Wie trinkst du deinen Kaffee?«, fragte Alexander. »Mit Milch, bitte«, antwortete Luise. Sie saßen zusammen und sprachen über die Firma, die Arbeitskultur und die bevorstehenden Projekte. Luise war beeindruckt, wie freundlich und hilfsbereit alle waren. »Ich fühle mich hier schon wie zu Hause«, sagte sie lächelnd. »Das freut mich sehr«, antwortete Alexander. »Wir wollen, dass sich jeder hier wohl fühlt.« Luise nickte und nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. Sie war sich sicher, dass sie in dieser Firma eine gute Zeit haben würde. Am Nachmittag sprach Alexander mit ihr über das wöchentliche Team-Meeting, das jeden Freitag stattfand. Luise freute sich darauf, ihre neuen Kollegen besser kennenzulernen. Alexander erzählte ihr, dass es oft Kuchen und Kaffee während der Meetings gab, was Luise zusätzlich motivierte, pünktlich zu erscheinen. Während des restlichen Tages arbeitete Luise weiter an der Ablage und lernte langsam die Systeme der Firma kennen. Alexander war immer in der Nähe, um ihr zu helfen, falls sie Fragen hatte. »Du wirst dich schnell einarbeiten«, sagte er zuversichtlich. Luise war froh, so eine gute Unterstützung zu haben. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr erster Tag so reibungslos verlaufen würde. »Der erste Tag war wirklich gut«, dachte sie zufrieden, als sie am Abend ihren Computer ausschaltete. Sie war gespannt auf die kommenden Tage und darauf, was sie in ihrem neuen Job noch alles lernen würde. Am Ende des Tages verabschiedete sich Alexander freundlich von ihr. »Vergiss nicht, morgen deine Zugangskarte abzuholen«, erinnerte er sie. Luise bedankte sich und machte sich auf den Heimweg, mit einem guten Gefühl, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Luise wusste, dass die kommenden Wochen aufregend sein würden, aber sie fühlte sich bereit. Ihr erster Tag im Büro war ein voller Erfolg und sie freute sich darauf, Teil dieses großartigen Teams zu sein. Luises erster Tag im Büro Luise hatte gerade ihren neuen Job begonnen und war sehr aufgeregt. An ihrem ersten Tag wurde sie von Alexander empfangen, der sie durch das Büro führen wollte. »Lass mich dir das Büro zeigen«, sagte Alexander freundlich. Zuerst stellte er Luise der Rezeptionistin Claire vor. »Freut mich, dich kennenzulernen, Claire«, sagte Luise höflich und Claire lächelte zurück. Alexander zeigte auf die rechte Seite und sagte »Hier steht ein Fotokopierer, den du benutzen kannst.« Luise war beeindruckt und sagte »Okay, klasse«. Dann führte Alexander sie weiter zu ihrem Schreibtisch. »Und hier ist dein Schreibtisch«, sagte er stolz. »Er ist neben dem Schreibschrank«, bemerkte Luise und fügte hinzu »Toll«. Alexander erklärte ihr, dass das gesamte Bürozubehör immer schnell in Reichweite sei, wenn sie es brauchte. Das gefiel Luise, denn sie mochte es, alles griffbereit zu haben. Luise setzte sich an ihren Schreibtisch und begann, ihre neuen Arbeitsmaterialien zu ordnen. Sie war froh, dass alles so gut organisiert war. Alexander blieb bei ihr und erklärte ihr weiterhin, wo sie alles Wichtige finden konnte. Er zeigte ihr die Küche, wo sie jederzeit Kaffee machen konnte, was Luise sehr freute, da sie Kaffee liebte. Die Kaffeemaschine war neu und Alexander zeigte ihr, wie sie funktionierte. »Das ist ja einfach«, sagte Luise erleichtert. Nach einer Weile zeigte Alexander ihr den Konferenzraum. »Hier haben wir oft unsere Meetings«, erklärte er. Der Raum war groß und hell, was Luise beeindruckte. Sie konnte sich gut vorstellen, hier mit ihren neuen Kollegen zu arbeiten. Danach gingen sie zum Archiv. »Hier bewahren wir alte Akten und Dokumente auf«, sagte Alexander. Luise fand das sehr praktisch und war froh, dass sie schnell Zugang zu allen wichtigen Informationen haben würde. Alexander erwähnte auch, dass es eine digitale Datenbank gab, die sehr leicht zu bedienen war. Während ihrer Büroführung machte Luise viele Notizen und fühlte sich immer wohler. Alexander erklärte ihr auch die Firmenregeln, die sie später in Ruhe lesen wollte. »Es ist nichts Kompliziertes«, versicherte er ihr. Luise war froh, dass die Dinge so einfach und klar waren. Nachdem sie ihren Arbeitsplatz eingerichtet hatte, begann Luise mit ihrer ersten Aufgabe, die Ablage der Dokumente. Sie sortierte und ordnete die Akten sorgfältig, während Alexander sie immer wieder ermutigte. »Du machst das großartig«, sagte er. Luise fühlte sich durch seine Worte motiviert und arbeitete fleißig weiter. Später machten sie zusammen eine Kaffeepause. »Wie trinkst du deinen Kaffee?«, fragte Alexander. »Mit Milch, bitte«, antwortete Luise. Sie saßen zusammen und sprachen über die Firma, die Arbeitskultur und die bevorstehenden Projekte. Luise war beeindruckt, wie freundlich und hilfsbereit alle waren. »Ich fühle mich hier schon wie zu Hause«, sagte sie lächelnd. »Das freut mich sehr«, antwortete Alexander. »Wir wollen, dass sich jeder hier wohlfühlt.« Luise nickte und nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. Sie war sich sicher, dass sie in dieser Firma eine gute Zeit haben würde. Am Nachmittag sprach Alexander mit ihr über das wöchentliche Teammeeting, das jeden Freitag stattfand. Luise freute sich darauf, ihre neuen Kollegen besser kennenzulernen. Alexander erzählte ihr, dass es oft Kuchen und Kaffee während der Meetings gab, was Luise zusätzlich motivierte, pünktlich zu erscheinen. Während des restlichen Tages arbeitete Luise weiter an der Ablage und lernte langsam die Systeme der Firma kennen. Alexander war immer in der Nähe, um ihr zu helfen, falls sie Fragen hatte. »Du wirst dich schnell einarbeiten«, sagte er zuversichtlich. Luise war froh, so eine gute Unterstützung zu haben. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr erster Tag so reibungslos verlaufen würde. »Der erste Tag war wirklich gut«, dachte sie zufrieden, als sie am Abend ihren Computer ausschaltete. Sie war gespannt auf die kommenden Tage und darauf, was sie in ihrem neuen Job noch alles lernen würde. Am Ende des Tages verabschiedete sich Alexander freundlich von ihr. »Vergiss nicht, morgen deine Zugangskarte abzuholen«, erinnerte er sie. Luise bedankte sich und machte sich auf den Heimweg, mit einem guten Gefühl, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Luise wusste, dass die kommenden Wochen aufregend sein würden. Aber sie fühlte sich bereit. Ihr erster Tag im Büro war ein voller Erfolg und sie freute sich darauf, Teil dieses großartigen Teams zu sein. Luises erster Tag im Büro Luise hatte gerade ihren neuen Job begonnen und war sehr aufgeregt. An ihrem ersten Tag wurde sie von Alexander empfangen, der sie durch das Büro führen wollte. »Lass mich dir das Büro zeigen«, sagte Alexander freundlich. Zuerst stellte er Luise der Rezeptionistin Claire vor. »Freut mich, dich kennenzulernen, Claire«, sagte Luise höflich und Claire lächelte zurück. Alexander zeigte auf die rechte Seite und sagte, »Hier steht ein Fotokopierer, den du benutzen kannst.« Luise war beeindruckt und sagte, »Okay, klasse.« Dann führte Alexander sie weiter zu ihrem Schreibtisch. »Und hier ist dein Schreibtisch«, sagte er stolz. »Er ist neben dem Schreibschrank«, bemerkte Luise und fügte hinzu. »Toll«, Alexander erklärte ihr, dass das gesamte Bürozubehör immer schnell in Reichweite sei, wenn sie es brauchte. Das gefiel Luise, denn sie mochte es, alles griffbereit zu haben. Luise setzte sich an ihren Schreibtisch und begann, ihre neuen Arbeitsmaterialien zu ordnen. Sie war froh, dass alles so gut organisiert war. Alexander blieb bei ihr und erklärte ihr weiterhin, wo sie alles Wichtige finden konnte. Er zeigte ihr die Küche, wo sie jederzeit Kaffee machen konnte, was Luise sehr freute, dass sie Kaffee liebte. Die Kaffeemaschine war neu und Alexander zeigte ihr, wie sie funktionierte. »Das ist ja einfach«, sagte Luise erleichtert. Nach einer Weile zeigte Alexander ihr den Konferenzraum. »Hier haben wir oft unsere Meetings«, erklärte er. Der Raum war groß und hell, was Luise beeindruckte. Sie konnte sich gut vorstellen, hier mit ihren neuen Kollegen zu arbeiten. Danach gingen sie zum Archiv. »Hier bewahren wir alte Akten und Dokumente auf«, sagte Alexander. Luise fand das sehr praktisch und war froh, dass sie schnell Zugang zu allen wichtigen Informationen haben würde. Alexander erwähnte auch, dass es eine digitale Datenbank gab, die sehr leicht zu bedienen war. Während ihrer Büroführung machte Luise viele Notizen und fühlte sich immer wohler. Alexander erklärte ihr auch die Firmenregeln, die sie später in Ruhe lesen wollte. »Es ist nichts Kompliziertes«, versicherte er ihr. Luise war froh, dass die Dinge so einfach und klar waren. Nachdem sie ihren Arbeitsplatz eingerichtet hatte, begann Luise mit ihrer ersten Aufgabe. Die Ablage der Dokumente. Sie sortierte und ordnete die Akten sorgfältig, während Alexander sie immer wieder ermutigte. »Du machst das großartig«, sagte er. Luise fühlte sich durch seine Worte motiviert und arbeitete fleißig weiter. Später machten sie zusammen eine Kaffeepause. »Wie trinkst du deinen Kaffee?«, fragte Alexander. »Mit Milch bitte«, antwortete Luise. Sie saßen zusammen und sprachen über die Firma, die Arbeitskultur und die bevorstehenden Projekte. Luise war beeindruckt, wie freundlich und hilfsbereit alle waren. »Ich fühle mich hier schon wie zu Hause«, sagte sie lächelnd. »Das freut mich sehr«, antwortete Alexander. »Wir wollen, dass sich jeder hier wohl fühlt.« Luise nickte und nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. Sie war sich sicher, dass sie in dieser Firma eine gute Zeit haben würde. Am Nachmittag sprach Alexander mit ihr über das wöchentliche Team-Meeting, das jeden Freitag stattfand. Luise freute sich darauf, ihre neuen Kollegen besser kennenzulernen. Alexander erzählte ihr, dass es oft Kuchen und Kaffee während der Meetings gab, was Luise zusätzlich motivierte, pünktlich zu erscheinen. Während des restlichen Tages arbeitete Luise weiter an der Ablage und lernte langsam die Systeme der Firma kennen. Alexander war immer in der Nähe, um ihr zu helfen, falls sie Fragen hatte. »Du wirst dich schnell einarbeiten«, sagte er zuversichtlich. Luise war froh, so eine gute Unterstützung zu haben. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr erster Tag so reibungslos verlaufen würde. »Der erste Tag war wirklich gut«, dachte sie zufrieden, als sie am Abend ihren Computer ausschaltete. Sie war gespannt auf die kommenden Tage und darauf, was sie in ihrem neuen Job noch alles lernen würde. Am Ende des Tages verabschiedete sich Alexander freundlich von ihr. »Vergiss nicht, morgen deine Zugangskarte abzuholen«, erinnerte er sie. Luise bedankte sich und machte sich auf den Heimweg, mit einem guten Gefühl, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Luise wusste, dass die kommenden Wochen aufregend sein würden, aber sie fühlte sich bereit. Ihr erster Tag im Büro war ein voller Erfolg und sie freute sich darauf, Teil dieses großartigen Teams zu sein. »Folste« Untertitelung des ZDF, 2020